Der Schock war groß, als Leila Lahua und Mike Heiter sich vor einigen Tagen bei ihren Fans mit der Nachricht meldeten, dass sie einen Autounfall hatten. Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus geht es dem Paar mittlerweile zum Glück wieder gut, wenn gleich Leila schockiert ist über die bösen Kommentare, die sie für ihren Unfall erhalten hat. Die fiesen Reaktionen im Netz scheinen jedoch nicht das einzige zu sein, das der Influencerin zusetzt, auch mit dem Autofahren hat sie seit dem Unfall Probleme. Ich merke schon, dass ich jetzt ein bisschen vorsichtiger bin, und auch bei Leila merke ich, dass sie etwas Angst hat, wenn ein Auto mal etwas dichter kommt, verriet Mike gegenüber Bild. Die 28-Jährige glaubt sogar, dass sie ihrem Liebsten mit ihren Reaktionen mittlerweile auf die Nerven geht. Ich glaube, Mike bekommt schon so langsam die Krise mit mir, weil ich jetzt immer mit Bremse und mich festhalte, oder ihn irgendwie kneife, oder irgendetwas sage. Doch auch wenn Leila selbst als Beifahrerin Bedenken hat, dürfte Mike ihr bestimmt nicht böse sein, immerhin war er selbst mit dabei, und kann ihre Angst nachvollziehen. In jenem Moment selbst war ihre Panik groß, wie die Frankfurterin verriet, auf einmal liege ich da in diesem Rettungswagen, und es heißt, dass sie noch einen zweiten für Mike brauchen. Eigentlich wollte er mit mir mitfahren. Ich hatte schon wirklich Panik. Ich hatte keine Info, wo er ist und wie es ihm geht. Heute erinnern nur noch ein Kratzer an Mikes Handgelenk und ein blauer Fleck an Leilas Arm an den Unfall. Die beiden sind froh, dass sie in diesem Moment zusammen waren.